moin moin leute servus willkommen bei folge letztes mal in der folge haben wir ja community server jetzt hier uns angeguckt und den ersten boss gekillt und jetzt würde ich sagen such mir den schwarzwald und gehen auf dem weg ein paar fischer noch auf jeden fall jetzt wissen müssen weg hier stein muss das bei mir tragen das ding dass ich den effekt habe alles klar genau wir machen uns ein paar pfeile würde ich sagen ich glaube wir können uns gar keine machen doch klauen wir uns noch ein stackholz von rebond würd ich mal sagen ja war denn es nah das spiel ist echt heftig geil so gechillt und wikinger ära die atmosphäre schickt schon echt hart so schwarzwäldiger schwarzwald ah guck mal da lauf mal da mal hin würde ich sagen jetzt kommen wir mal noch ein bisschen was blick hast du denn alle beste tschüss ja ich habe vorhin 1 cent von milka bekommen dass ich das sage aber ich muss es dreimal sagen also sage ich jetzt noch mal milka es ist ein riesen weg man wenn ich da jetzt für den arsch hinlaufen bevor ich das jetzt mache muss ich dahin ja moin muss ich nicht mal ruhe in der milka okay wer wohnt hier ganz nice idee kein schild perfekt das jetzt mir mehr spaß ja 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 schicken das spiel was auch vor allem nicht so schnell der fortschritt wie bei seven days weil da wird es schnell langweilig und du hast alles nach ein paar stunden bauen kannst musik ist nice jama recht chillig guck dir das mal an alter ich bin so ein richtiger bob in der kleinen verranzten hütte mir guck dir mal das an ja guckt man sich richtig schämlich vor da hinten haben wir jemanden in your face Oh, warte auf, Nets. Da steht immer bereit mit diesem Kopf von dem Boss, aber... Ich finde es auch ganz geil, dass wenn du jetzt in eine andere Richtung redest, dass trotzdem der Sound echt gut angenommen wird vom Mikro. Tschüss. Ach. Zack. Ich glaube, ich hätte auf der anderen Seite bleiben sollen. Fuck. Oh, nee. Ah, ein Reh. Nice. Uh. Shiger Jäger. Nice. Ah. Was ist da? Ja, safe bin ich auf der falschen Seite. Egal. Ich habe nur keinen Bock zu sterben hier. Den ganzen Weg nochmal zu gehen wäre nicht so chillig. Ah, ein Reh. Perfekt. Ja. Digga, läuft richtig. Ja, nehm mal mit. Ich werde rüber zu schwimmen, das dauert schon Jahre. Ich hätte einfach das Schiff nehmen sollen von Reborn. Okay. 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 Alright. Nee, das war nix. Shit. Ja, das sieht so gut aus. Äh, was ist jetzt los? Warum verliere ich Leben? Ich nass bin. Ah ja. Ach, das war nur eine Abzahl. Oh, ne. Scheiße. Nein, schaff ich's wirklich nicht. Shit. Ich hab den ganzen Weg rumgelaufen jetzt, oder was? Ne, ne, ne. Also ich hab grad, das sieht man leider hier nicht im Hinterkopf, äh, einen vom Server gefragt, ob wir mich vielleicht abholt mit dem Schiff. Das wär aber fett. Wie sieht's aus, Rewa? Falls du grad streamguckst. Wäre fett von dir. Nice. Yes. Nice. Okay, ich glaub an das Zeug kommen wir nicht dran. Oder kann man nie tauchen. Hm, hört so aus. Und man verliert Leben, äh, im Butter. Nice. Gut schau, Bro. Ja, das sieht wohl nicht so aus, als würde er sich mit dem Schiff abholen. Läuft. Äh, warum... Rewa? Ist überhaupt noch auf dem Server? Das ist doch scheiße. Ja, rüberschwimmen ist wohl nett, wenn man Schaden kriegt. Ja, ich weiß. Immer im Falsch Moment. Ja, das ist doch schon. gut dann laufen wir wieder zurück oder kommt er an die gerade im schiff ich glaube schon mehr so shit Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, guck mal da! Tja, damit sind wir wohl wieder rüber. Oh nein, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Digga, nein! Oh nein, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Oh nein, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Warum schreibt da keiner zurück? Pack. 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 ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ach, ja. ja kommt scheiß auf das weg ach ja moin einfach durch Zufall ja doch guck das ist so lange ich hoffe er hat ein Schiff nein das sieht schlecht aus um 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach Gott, Servus Andi, sorry, ich bin gerade abgekommen Ach, wir sind gerade im Schwarzwald, ja sehe ich gerade was ist denn diese Beute hier oben Ach ja moin, hier kommt man drüber Oh, nice Oh, nice Oh, nice Also ich laufe jetzt mal zu dieser Belohnungsbox da Oh, nice Oh, nice Oh mein Gott Guck mal, ob wir den Vogel erwischen Oh, nice Oh, nice Hüpp, Oblak. Ah, ja. Get up. Nein, das Reh verschreckt. Reh, ich sag immer Reh, ich ist ein Hirsch. Noch nicht. Das war mir mal kurz ein Dach so. Nicht genug Schutz. Ah ok. Nicht genug Schutz. Nicht genug Schutz. Nicht genug Schutz. Ich habe so ein richtig blödes Gefühl. Oh man, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Oh man, ich habe das Gefühl. Oh mein Gott, der Junge ist online. Gut, ich würde sagen, wir machen mal hier Schluss für die Folge. In der nächsten Folge könnt ihr dann schauen, wie es weitergeht. Macht's gut. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.